Herzlich Willkommen im BiotopiaLab. In diesem Fluoreszenzversuch verwandeln wir ein ganz gewöhnliches Hühnerei in einen leuchtenden Vulkan. Das Ei, das ihr dazu braucht, könnt ihr vorher essen oder zum Kochen benutzen, denn wir brauchen nur die Schale. Wichtig ist, dass es ein braunes Hühnerei ist, denn der braune Farbstoff ist das, was wir später in glühende Lavaströme verwandeln wollen. Dieses Farbpigment heißt Protoporphyrin und ist dem grünen Chlorophyll der Pflanzen und dem roten Hämoglobin in unserem Blut sehr ähnlich. Neben der Eierschale braucht ihr außerdem noch ein paar weitere Dinge, zum Beispiel eine Pipette. Wenn ihr keine habt, geht auch ein Teelöffel. Dann eure Schwarzlichtlampe, mit der wir das Protoporphyrin gleich leuchten lassen werden. Außerdem braucht ihr zwei Chemikalien, die ihr vielleicht schon zu Hause habt. Sie sehen sich sehr ähnlich und sind beide durchsichtig. Die erste ist eine Säure, wie zum Beispiel Essigessenz und die zweite sieht genauso durchsichtig aus. Ein Lösungsmittel wie Nagellackentferner, der Aceton enthalten sollte. Denn um unseren Eiervulkan ausbrechen zu lassen, müssen wir das Protoporphyrin erst einmal aus der Eierschale befreien. Und dabei helfen uns die Essigessenz und der Nagellackentferner. Und jetzt geht's los. Wir nehmen die Pipette und lassen als erstes ein paar Tropfen Essigessenz oben auf die Eierschale Tropfen. Sie dient dazu, den Kalk der Schale aufzulösen. Man verwendet sie ja auch im Haushalt zum Kalklösen. Lass die Essigsäure ruhig eine Weile einwirken, damit sich der Kalk gut lösen kann. Ein paar Tropfen sollten an der Schale herunterlaufen, aber versucht nicht, das ganze Ei zu baden. Dann kommt der Nagellackentferner ins Spiel. Im enthaltenen Aceton löst sich das Farbpigment und kann so fluoreszieren. Sobald ihr bereit seid, Licht aus und Schwarzlicht an. Und schon fängt euer Eierschalenvulkan an, farbenfroh auszubrechen. Die Farbe ist leuchtend pink bis orange. Wenn es nicht klappen sollte, stellt sicher, dass die Säure am Anfang lange genug einwirken konnte. Ansonsten könnt ihr mal versuchen, ganz schnell dreimal hintereinander Protoporferin, Protoporferin, Protoporferin zu sagen. Wenn ihr noch mehr Spannendes aus der Welt der Fluoreszenz erfahren wollt, dann schaut euch noch ein bisschen auf unserer Webseite um. Hier gibt es noch mehr spannende UV-Lichtversuche für zu Hause und interessante Hintergrundinformationen über fluoreszierende Tiere und andere Lebewesen. Biotopia wünscht euch viel Spaß beim Ausprobieren. Weitere spannende Experimente zu Fluoreszenz und anderen Themen findet ihr auf der Webseite des Biotopia Labs unter lab.biotopia.net.